Mädels, ich habe jetzt einen Freund. Ich habe mir jetzt auch schon die Pille geholt für... Ihr wisst schon. Oh, Leute. Alles gut, alles gut. Das war nur mein Pillen-Backup für die Pille. Hast du eigentlich schon einen Freund? Nee. Nicht? Nee. Oh, dann kann ich leider nicht mit dir über die Erfahrung reden. Sorry.